Diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Wohnung ist ab August 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der möblierten Wohnung liegt bei ca. 60 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 895 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren.